Ein Smart Home, das selber Energie produziert. Wird das im Winter nicht ein bisschen alt? Nein, ich habe keine Angst, dass ich im Winter frühen muss. Vor allem schon mich. Wir sind zu Gast bei der Familie Wieser im idyllischen Schloss Ruet. Dort scheint die Sonne während gut 1400 Stunden im Jahr. Wiesers wollen ihr Haus aus den 70er Jahren sanieren. Ihr Ziel? Mehr Wohnraum und eine eigene Stromproduktion. Gründe für Wiesers, um Energieproduzenten zu werden, gibt es genug. Der ökologische Gedanke. Für mich ist es auch etwas Neues. Ich finde es auch spannend und ich bin neugierig darauf, wie es ist. Das war für mich ganz klar auch ein Reiz. Darf ich fragen, wie Sie überhaupt auf uns gekommen sind, auf die IBB? Wir haben im Internet recherchiert und haben nach einem guten Partner gesucht und sind schlussendlich auf die Klick-Plattform gekommen. Die Frage ist jetzt, kommt auf den Klick bereits eine Photovoltaikanlage? Also unsere Philosophie ist, dass wir die Ansprechpartner für den Kunden sind, von Anfang bis Ende. Das heisst, wir kümmern uns um alles. Einerseits holen wir die Fördermittel ein, sowie auch die Bewilligungen. Und wir koordinieren die ganze Organisation mit unseren Fachpartnern zusammen. Ein einziger Ansprechpartner. Das ist für die Familie eine grosse Erleichterung im gesamten Bauprojekt. Das ist sehr wertvoll, dass wir jemanden haben, der uns über das Ganze beraten kann und dass wir einfach eine Ansprechpersonen haben. Eine Firma, die für viele zuständig ist, ist eigentlich die beste Voraussetzung, die man annehmen kann. Strom vom eigenen Dach, das ist nur ein Teil von vielen, das ein Smart Home ausmacht. Also wir bieten Solarstromanlagen, Batteriespeicher, Ladestationen, Wärmepumpen und intelligente Steuerung an. Das Ganze können wir individuell kombinieren. Das heisst, wir können einfach die einzelnen Komponenten installieren oder auch mehrere miteinander bis zum Gesamtsystem. Das Haus der Zukunft existiert bereits. Es lässt sich nämlich auch jedes ältere Haus in ein modernes Smart Home verwandeln. Ich bin gespannt darauf, wenn wir dann auch weiterverfolgen können und genau anschauen, wie viel Strom wird produziert, wie können wir sinnvoll unsere Geräte nutzen beginnen. Und dass wir das mitverfolgen können, das finde ich etwas Geniales an diesem System. Und wer freut sich mehr auf das neue Smart Home? Nein. Passt. Das Haus der Zukunft existiert. Sie leben darin. Machen Sie auch Ihr Haus smart auf klick-ibb.ch